Das Videobrand mit dem jüngsten Lebenszeichen von Hans-Martin Schleyer, das Überabendung der Perspektive ist. Bis an die Grenzen zu gehen, der Staat wird sich nicht erpressen lassen. Er bereif. Die Bundesrepublik Deutschland Ende der 70er Jahre. Nach dem sogenannten deutschen Herbst verstärkt die Polizei die Fahndung nach den Terroristen. Mittels Großcomputer kommt zum ersten Mal die Rasterfahndung zum Einsatz. Persönliche Daten von Bürgern werden verglichen. Das neue Mittel zur Terrorbekämpfung. Achtung, hier spricht die Polizei. Der Staat fühlt sich in seinen Grundfesten bedroht. Doch besiegen kann er den Terror nicht. Der Terror der RAF geht weiter. Im August 1981 explodiert auf dem Flughafen des US-Hauptquartiers im Pfälzischen Rammstein eine Bombe. 14 Menschen werden verletzt. Doch es gibt auch Fahndungserfolge. Im Herbst 1982 werden drei führende RAF-Mitglieder gefasst. Brigitte Monhaupt, Adelheid Schulz und Christian Klar. Sie waren an den Morden in den 70er Jahren und an der Schleierentführung beteiligt. Die Polizei verhaftet sie im Wald, als sie im Erdboden versteckte Depots mit Geld und Waffen ausräumen wollen. Inzwischen hat sich eine dritte Generation der RAF gebildet. Sie setzt den bewaffneten Kampf fort. Gegen die Politik der Bundesrepublik und das verhasste kapitalistische Wirtschaftssystem. Mitte der 80er Jahre verübt sie eine Reihe von Anschlägen gegen Personen aus Politik und Wirtschaft. Dabei schrecken die Terroristen vor keiner Brutalität zurück. Auch militärische Einrichtungen der USA in Deutschland werden wieder angegriffen. Die Anschlagsserie fordert sieben Todesopfer und viele Verletzte. Die Methoden der RAF-Terroristen werden immer ausgefeilter. Sie hinterlassen kaum Spuren. Ihre Anschläge geben der Polizei Rätsel auf. Der Terror hat die Bundesrepublik weiterhin fest in der Hand. Großes Aufsehen erregt die Ermordung von Alfred Herrhausen, dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank im November 1989 in Bad Homburg. Die Bombe wird ferngezündet. Über eine Lichtschranke und einen Schalter. Das Ende der DDR 1990 ist auch für die RAF ein tiefer Einschnitt. Einige ihrer Mitglieder, die aus der Terrorgruppe ausgestiegen waren, hatten jahrelang in der sozialistischen DDR Unterschlupf gefunden. Mithilfe des Ministeriums für Staatssicherheit bekamen sie dort neue Namen und eine neue Identität. Hier erinnerte nichts mehr an ihre RAF-Vergangenheit. Im Juni 1990 werden sie enttarnt und verhaftet. Unter ihnen Inge Vieth, die 1975 an der Entführung von Peter Lorenz beteiligt war. Doch die RAF mordet weiter. Einmal noch. Im April 1991 wird in Düsseldorf Detlef Carsten Rohwedder erschossen. Der Vorstandsvorsitzende der Treuhandanstalt hat die Unternehmen im Gebiet der ehemaligen DDR privatisiert. Für die RAF eine Schlüsselfigur des verhassten westlichen Wirtschaftssystems. Rohwedder wird mit einem gezielten Gewehrschuss getötet. Durch ein Fenster in seinem Haus. Der Täter hat sich in einer Kleingartensiedlung gegenüber versteckt. Er verschwindet spurlos. Das Bekennerschreiben wird das letzte sein. Danach wird es ruhiger um die RAF. 1992 sagt sie sich vom bewaffneten Kampf los. Bleibt aber weiter bestehen. Im Juni 1993 kommt es am Bahnhof in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern zu einem folgenreichen Zwischenfall. Hier werden die beiden RAF-Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld in eine Falle gelockt. Doch die Aktion gerät zu einem Debakel. Bei einer Schießerei tötet Wolfgang Grams einen Polizisten. Kurz darauf stirbt er selbst an einer Schussverletzung. Unklar bleibt, wurde Wolfgang Grams durch eine Polizeikugel getötet oder hat er sich selbst erschossen, um einer Verhaftung zu entgehen. Der Vorfall sorgt für große Diskussionen in der Öffentlichkeit. Freunde und Verwandte von Wolfgang Grams zweifeln die offizielle Darstellung vom Selbstmord an. Sie sprechen von Mord und sind überzeugt, die Polizei habe Grams umgebracht. Doch ihr Protest bleibt mangels Beweisen ohne Folgen. Sechs Jahre später wird durch eine Haaranalyse festgestellt, dass Grams möglicherweise am Attentat auf Detlef Carsten Rohwedder beteiligt war. Sein Haar wurde damals auf einem Handtuch am Tatort gefunden. Als Beleg für seine Täterschaft gilt dies aber bis heute nicht. Im April 1998 gibt es neue Nachrichten von der RAF. Die terroristische Rote Armee Fraktion hat offenbar ihre Auflösung beschlossen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das heute einer Nachrichtenagentur übermittelt wurde. Der mit dem RAF-Symbol versehene Brief wird zurzeit untersucht. Anfang der 70er Jahre hatte die RAF ihren Kampf gegen den Staat und die Gesellschaftsordnung aufgenommen. Morde, Bombenanschläge und Banküberfälle gingen auf ihr Konto. Heute beenden wir dieses Projekt, steht in dem Schreiben. Die Stadt Guerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. 37 Menschen hat die RAF in den knapp 30 Jahren ihres Bestehens getötet. Hinzu kommen 27 Tote aus den eigenen Reihen. Anfang 2007 kommen ihre Taten wieder in die Schlagzeilen. Brigitte Monhaupt, die an den Morden im deutschen Herbst 1977 beteiligt war, soll vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Einiges spricht dafür. Zum einen Mal, dass die RAF sich aufgelöst hat, nicht weiterhin besteht. Und zum anderen auch die Erklärung davon, Monhaupt, dass für sie Gewalt in die Zukunft kein Mittel mehr ist zur Durchsetzung irgendwelcher Ziele. Sie hat ihre Mindesthaftdauer abgesessen. Und wenn von ihr keine weitere Gefahr für die Allgemeinheit her ausgeht, dann muss sie wieder entlassen werden. Im März 2007 darf Brigitte Monhaupt das Gefängnis verlassen. Auch um Christian Klar, der seit 25 Jahren in Haft ist, beginnt eine Diskussion. Klar stellt ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten. Und er liefert selbst neuen Zündstoff. Die Diskussion über eine Begnadigung des früheren RAF-Terroristen Christian Klar wird mit neuer Schärfe geführt. Anlass ist ein Grußwort für eine Konferenz, das Klar zu heftiger Kapitalismuskritik genutzt hatte. Viele Politiker sehen die Äußerungen als Beleg dafür, dass Klar sich nicht von seinen Taten distanziert habe. In seinem Schreiben kritisiert Christian Klar die Politik der europäischen Staaten und fordert ein Ende des Kapitalismus. Als ich diesen Text jetzt las, dachte ich, das ist ja wirklich 30 Jahre alt. Nichts, hinzugelernt, weder in der Sprache noch im Kopfe. Unsinn in Potenz, betonkommunistische Sprache der Vergangenheit. Aber daraus zu schließen, dass er wieder töten und morden wird, ist etwas abstrus. Darf man einen Mörder auch dann begnadigen, wenn er seine Taten nicht ausdrücklich bereut? Und weiterhin zu seiner politischen Überzeugung steht? Ich glaube nicht, dass er sich endgültig von der Gedankenwelt der Terroristen gelöst hat. Jemand, der den Rechtsstaat abschaffen möchte, von dem er Gnade erbittet, der zeigt sich nicht als gnadenwürdig. Es geht hier um ein Grundrecht, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das gilt auch für ganz abstruse Meinungen und es gilt auch für Strafgefangene. Deshalb können diese Äußerungen für die gerichtliche Entscheidung über Haftlockerung oder Haftentlassung keine Rolle spielen. Bundespräsident Horst Köhler entscheidet schließlich, nachdem er sich mit Christian Klar getroffen hat, ihn nicht zu begnadigen. Auch das Gnadengesuch von Birgit Hogefeld lehnt er ab. Im Jahr 2008 sind noch zwei Terroristen der RAF in Haft. Sie stehen stellvertretend für einen Terror, der die Bundesrepublik fast drei Jahrzehnte in Atem gehalten hat und uns noch heute beschäftigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017